Boah Hey yo Leute, willkommen zu einem neuen Video Und heute habe ich wieder eine neue Sorte der Poké Sticks Und zwar Schoko Banana Viel Spaß beim Video Poké Sticks, Schoko Banana Wir haben schon mehrere Sorten von Poké Sticks hier mal getestet Zum Beispiel Matcha Tea oder auch Blueberry Und jetzt haben wir eben Schoko Banana Also Schoko Banana Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kombi-Schoko-Banane Mag ich auch sehr, sehr gerne Und dann auch in Poké Sticks, die eigentlich sehr, sehr selten enttäuschen Da hoffe ich es mir sehr viel Ich hoffe, dass auch wirklich nach Banane und nach Schokolade schmecken Schokolade, guter weiß man, das kriegen die hin In der Tat Aber Banane bin ich sehr gespannt, ob die das auch hinkriegen Und wie das Ganze in Kombi schmeckt Wird sehr kurzer Test, weil wir nur die hier testen Aber trotzdem, ich bin sehr gespannt Ich öffne die mal Dann schauen wir uns die mal an und dann probieren wir sie auch Also immer noch mal hier diese extra Verpackung außenrum Die kommen aus Asien Ich weiß noch nicht genau wo aus Asien Kann ich nicht sagen, steht hier nicht so Mist Die kommen auf jeden Fall aus Asien So sehen sie aus Und ganz ehrlich Man wird es auf der Kamera wahrscheinlich nicht so wirklich gut erkennen können Es sieht aus wie kleine Bananen Ist der beschissen im Kopf? Sieht aus, als hätte ich eine kleine, ganz, ganz dünne Banane Von außen natürlich Also mit dieser Schale auch Und ganz oben ist ein bisschen Schokolade Es sieht wirklich so aus wie eine Banane Mit ein bisschen Schokolade Ich rieche mal dran Es riecht auch nach Banane Bis jetzt bin ich noch positiv überrascht Aber schmecken sie jetzt auch so Genau das probiere ich jetzt aus Boah, die sind schon richtig geil Nice! Das Ganze ist ein Schokostick Und dann außen rum ist eben diese Ja, diese Ummantelung von Banane Das schmeckt wirklich wie Banane Und Schokolade Und die Kombi ist einfach geil Geisteskrank Mega geil! Wirklich Die schmecken richtig, richtig dicke Also man muss Banane mögen Sage ich wie es ist Ich finde auch überhaupt nicht Also jetzt zumindest nicht krass chemisch Was ja bei Banane immer so ein Ding ist Dass man das nur hinkriegt Wenn es echt sehr chemisch schmeckt Finde ich hier jetzt fast überhaupt nicht Also wirklich schmeckt nach Banane Schmeckt nach Schokolade Genau was draufsteht Die Kombi Geisteskrank Die sind echt geil Das ist die beste Poki-Sorte Die ich bisher hatte Und ich gebe tatsächlich 10 von 10 Mikro-Sternen Für diese Schokobanane-Pokis Unfassbar geil Also wenn ihr die mal irgendwo findet Kauft ihr euch Die sind echt richtig lecker Gut, ihr müsst Banane mögen Sage ich wie es ist Aber wenn ihr Banane mögt Dann geisteskrank Die sind echt richtig, richtig lecker So, das war's mit dem kurzen Poki-Test Wie gesagt Unfassbar geile Sorte Probiert sie gerne mal aus Wenn ihr sie findet Und schreibt mir in die Kommentare Wie ihr sie fandet Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat Wenn ihr euch das Video gerne Einen Daumen nach oben da Und dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Video Wir sehen uns in den Neunzigern Bye Bye Outro Bis zum nächsten Mal.